Schauer Express und damit herzlich willkommen zu einer anderen Folge von Trains in World 3, der Dänisch Bieters. Willkommen im Bahnhof Sosei. Sie wurden dem Arabe 523 Nachmittagsexpress zugeteilt. Dieser Zug muss erst zusammengestellt und entladen werden, bevor Sie nach Zern fahren. Ja, das machen wir dann mal. Aber als erstes müssen wir natürlich mal unseren Zug aufrüsten. Dann mal die Fahrgastraumbeleuchtung auf. Ein Generalschlüssel auf Entriegelt. Dann den nach vorne verlegen. Zugbremse auflösen. Natürlich müssen wir hier auch die Scheibenwischer einschalten, würde ich mal sagen. Das machen wir Sandtüren. Scheibenwischer. So. Genau. Dann machen wir noch die Zugsicherungssysteme ein. Und dann würde ich sagen, können wir loslegen. Aber noch haben wir Rot. Hören wir gerade auf. Oder? Dann kommen wir los an. Loslegen. So. So. Natürlich noch nicht zu schnell werden, weil wir haben ein rotes Signal vor uns. Wir müssen jetzt erstmal die Fahrgäste rauslassen und dann werden wir wahrscheinlich unseren Zug zusammenstellen. So, achso, jetzt sollen wir ankuppeln, aber noch haben wir rot. Ich habe euch ja gesagt, dass es in Zukunft noch weitere Videos geben wird von der Strecke hier in der Schweiz. Ah, jetzt haben wir gerade Geld bekommen. Und heute ist mal wieder so ein Tag, wo wir so ein Szenario spielen. Also das ist wirklich ein Szenario, das kein Fabline-Mode ist. So, dann kuppeln wir mal an den Wagen heran, beziehungsweise an die andere Formation, an die andere Einheit. So, wir werden mal ein bisschen mensamer werden hier. So, dann gucken wir uns das nämlich natürlich von draußen an, wie wir da in die andere Formation fahren. So, das hat doch wunderbar funktioniert, würde ich sagen. So, dann machen wir mal ein schickes Foto von. So, jetzt sollen wir nämlich wahrscheinlich den Zug, den den Flugverstand wechseln müssen, natürlich, selbstverständlich. So, die sollen wir auf volle Leistung stellen. So, das haben wir getan, dann sollen wir den Leistungsschalter auf 0. Was haben wir getan, den Richtungswender auf neutral. Den Generalschlüssel regeln. Dann sollen wir den Führerstand wechseln. Dann machen wir hier mal die Scheibenwischer aus. Oh, das ist denn jetzt nochmal wieder. Ach ja, der. Gut. Wechseln wir den Führerstand. Guten Tag, die Herrschaften. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Eine gute Reise wünsche ich. Nach kurzem Aufenthalt hier. Geht's weiter? Guten Tag. Ach so, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Dass wir in die Richtung weiterfahren. Okay. So, schließen die Türe. Drehen Sie den Führerstand auf Entriegel. Klar, logisch. Den Fahrtrichtungswender auf Vorwärts. Äh, lösen. War gestern einsteigen lassen, das haben wir ja auch schon. Äh, natürlich machen wir auch hier die Scheibenwischer ein. So, die Zugsicherungssysteme stellen wir ein. So. Schön für die Riegel. So, dann haben wir 9,5 Kilometer bis nach Sempach. Würde ich sagen, los geht's. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 S1, Luciana, alles klar. So, unser Freund ist auch wieder am Start, ihr seht es. Wunderschön, wunderschön. So, gleich 125. Wir werden es nicht ganz pünktlich schaffen, oder? Ja, löst das halt. So, wir werden es nicht ganz pünkt. Nach Sempacht dürfte dann Rotenburg kommen, oder Rotenburg, wie das heißt, und dann, glaube ich, Luzern. Ja, genau. So, da wären wir schon in Sempach. Zwei Minuten Verzögerung. Kann man noch mit leben, finde ich. Zwei Minuten Verzögerung. So, dann werden wir. In Sempach. SBB, CFF, FFS. Ah ja, Rotenburg, Emmenbrücke und Luzern. Eine Minute Retard, Verspätung circa eine Minute. Ja, damit kann man noch leben. Damit kann man noch leben. So, schön fliegen. Und dann lösen wir die Bremse. Geht's. Ja, da müssen wir die Bremse. Ja, da müssen wir wieder. Ja, da müssen wir wieder runter. Ja, da müssen wir wieder. Wir sind richtig. 20? Ja, das sind jetzt alles Entfernungen, die eigentlich voll im Rahmen sind, ihr seht es selber in Zeiten. Auch wenn wir die jetzt nicht ganz anhalten können. Auch das wird ein, zwei Minuten in Verspätung geben, aber wenn der Armer drin ist, die Verspätung dann ist es schwer, die wieder rauszufahren, vor allem auf so kurzen Entfernungen. Vielleicht schafft man das, wenn man jetzt längere Strecken vor sich hat, dann könnte man die eventuell wieder rausfahren, aber hier auf den kurzen Strecken ist das ein bisschen schwierig. Aber ja. 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 So, dann fangen wir schon in Rothenburg ein. Gleis 2. diesem verregneten nachmittag hier muss man wieder so ein bisschen vorsichtiger sein das rote signal ist ja direkt dahinter erwarten die damen und herren schon den nachmittagsexpress in der schweiz das ist dann also rotenburg unteres futterhaus die sonne geht so langsam unter dahinten ihr seht es sie es hört nicht auf zu regnen so wir schließen die türe weiter nach emmenbrücke 690 Ich Oh, hier geht es aber auf Steilberg aber 1,6 Prozent. Vielleicht 80, 2,4 Kilometer noch, manchmal kommen wir nicht ganz so spät an, glaube ich. Eigentlich sind wir noch relativ im Rahmen, würde ich sagen, so von der Zeit her, eine Minute drüber geht eigentlich noch, finde ich jetzt nicht so super tragisch an Verspätung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, Emmenbrücke. So, hier in Emmenbrücke bin ich beim letzten Szenario, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Über Rot gefahren. Leider ein Tick zu spät gebremst und dann war ich da hinten über Rot gefahren, so wie jetzt da auch Rot ist. Dann war das Szenario natürlich beendet. Deswegen werden wir jetzt hier schon mal ordentlich in die Bremse gehen, weil das kein Bock drauf ist, dass das nochmal passiert. Ihr seht, wie nah das rote Signal ist. Da muss man schon echt aufpassen. Also das ist ja unmittelbar dahinter. Links, ihr seht's. 13 Meter habe ich noch. Wenn das zu schnell ist, ist man ruckzuck da drüber und dann hat sich das alles erledigt. So, hier ist noch ein anderer, der E, der wahrscheinlich noch so safe wird. Jetzt mal tippen. Der ist allerdings abgerüstet. Wobei die Stromabnehmer sind oben, aber ja, Lichter sind aus. Wahrscheinlich macht der Pause oder so. Wie auch immer. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich kein RE, sondern eine S1 oder S2. Ich weiß es nicht. Wir fahren auf jeden Fall die S1. Ich weiß gar nicht. Gibt's in der Schweiz einen Express? Wir gehen an den Express. So. 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 Der hat aus Fahrt. Hier auch jeden Moment? Mach mal deine Spitzlichter an, Kollege. Das ist schon mal ein kleiner Tipp von mir. Oh, nächste Station, Luzern. Oh, gleich rot. Aber ein... gleich rot. Was hat denn das zu bedeuten? Wird es jetzt noch mal spannend, kurz vor Schluss? So, gelbes Vorsignal. Natürlich stetigen. Dann kommt hier gleich irgendwo das rote Signal. Also, noch mal. Bleibt auch still rot, also passiert noch nichts. Hat wahrscheinlich mit dem Zug zu tun, der uns da entgegenkommt, ihr seht es. Wir warten einfach ab und gucken, was passiert. So, fragen noch mal freundlich beim Fahrdienstleiter an? Nein? Schauen wir mal auf die Karte, ob uns da irgendwas entgegenkommt. Obwohl wir jetzt rot haben. Ah, da fährt der Grund, da fährt der Grund, unserem Fahrweg. Alles klar. So, mittlerweile haben wir grün, dürfen wir. Vorsichtig. So, dann fahren wir langsam in den Luziana Hauptbahnhof ein. 80. Kurze Frage, wir haben jetzt unter dem roten Signal pünktlich in Ruziana angekommen, ja oder nein? Der ist so, dann kommt nach Masak. Und dann kommt der St. Karte. So, dann kommt der St. Karte. So, dann wird es sichЛug in Ruziana, um die Ruziana neben den Ruziana zu verfolgen. Und dann kommt der St. Karte. Und dann kommt der St. Karte. Der St. Karte. So, dann kommt er in die Ruziana. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, mal ein bisschen langsamer werden, dass wir da nicht gegen den Prellbock fahren Das wäre semi gut So, das dürfte reichen Dann nehmen wir die Türen Wir stellen hier erstmal die Scheibenwischer aus, weil ich glaube die brauchen wir nicht Hier ist ein Unterdach So, dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um in Luzern Stellen fest, dass das hier gar nicht so schlecht ist Ich war persönlich noch nie da, ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart Ich halt noch nicht Und ja, wenn das hier wirklich so aussieht, dann sehr sehr schön So, Art Berlin, würde ich fast sagen, so vom Bahnhof her Da sind ja auch jede Menge Geschäfte, Doppelstock, beziehungsweise zwei Etagen Ähm, doch, sehr sehr nice Fahrkartenautomat Dann hat man hier halt Dann hat man hier halt Zügen Bitte nicht einsteigen Jetzt haben wir zwei Minuten Verspätung So, wir verriegeln die Türen Dann steigen wir einfach mal wieder ein Weil ich noch nicht weiß, ob wir noch abrüsten müssen Ob das jetzt hier so einfach beendet ist Nein, wir müssen noch abrüsten Tatsächlich So, volle Leistung Leistungsregel auf 0 Den auf neutral Achso, äh Parken Generalschlüssel auf verriegelt Setzen sie sich auf den Lokführersitz Ach, wir sind noch gar nicht fertig Aha Spannend, was jetzt noch kommt So Schließen wieder die Türe Wenn wir jetzt noch rausfahren Und den Zug abstellen Und abkuppeln oder so Das wäre ja genial So Wir müssen nach ganz vorne Natürlich Anders macht es ja auch keinen Sinn Und dann steigen wir hier einfach mal aus Würde ich sagen Schließen die Tür wieder Schließen wir hier mal ein Können wir vorne, ganz vorne einsteigen Oder Ne Wir müssen durch die Fahrgasttür Alles klar, machen wir das Schließen auch diese Tür wieder So Drehen sie die Generalschlüssel auf entriegelt Das machen wir doch glatt Parken machen wir aus Den machen wir auf vorwärts Den machen wir auf lösen Zernbetriebswerk, Nebengleis Ja, wusste ich doch, dass wir den noch abstellen müssen Gut, dann machen wir das Die Sicherungssysteme, das wir jetzt mal weg Beim Rangieren Das ist jetzt nicht mehr nötig So Machen das Ganze mal auf 30 So, dann machen wir jemals folgendes Genau Ich habe mich geschlossen, weil Wir stellen die ja jetzt ab Ich glaube, das passt dann ganz gut So Wenn wir jetzt was sehen hier Dann stellen wir unser Zulauf Das Nebengleis ab Ach, wir fahren in die Halle rein Das ist ja sehr nice Cool Ich glaube, ein rotes Glas braucht Das brauchen wir nicht zu fürchten Das ist noch weit genug weg, glaube ich Aber die Wand der Halle brauchen wir Das brauchen wir nicht zu küssen Guckt euch da mal, wie sich die Scheibenwäffer da spiegeln Das ist einfach nur geil So, Ziel erfüllt Danke für das Abschließen dieser Fahrt Lasst uns sehen, wie sie abgeschnitten haben Ja, 7.026 Punkte Ich weiß nicht, ob das für Gold reicht LZN, du bist Du bist der Allerbeste Schließen Sie Szenarien blablab ab Bronzen haben wir erhalten Ja, dann ist das so Das war es auf jeden Fall mit dem Schauer-Express Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben Wenn nicht, macht wie immer gar nichts Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag Ein schönes Wochenende Hier vor allem, bleibt gesund, bleibt mir treu Passt auf euch auf Wenn es euch gefallen hat, ist ein Daumen nach oben da Wenn nicht, macht wie immer gar nichts Bis zum nächsten Mal Euer Dillian Spieters In einem der nächsten Videos Macht's gut Servus und Tschüss Haut rein Bye Bye